Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weibhaus Meerwasser zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute kümmern wir uns mal um das Yasha 60 der Firma Aquamedic. Da hat sich ein bisschen was dran getan und warum, weshalb, wieso etc. pp. Das klären wir jetzt hier in diesem Video. Also, auf geht's! Ja Leute, ich sitze hier dann auch mal mit einem Kaffeebecher, weil ich es tatsächlich heute am Sonntagmorgen für euch aufnehme, wie ich es am Freitag im Live versprochen habe. Und das Becken ist tatsächlich im Upgrade-Modus. Gestartet ist es ja, für alle, die es nicht so wirklich mitbekommen haben oder jetzt erst zugeschaltet haben, hier zu diesem Kanal, zu dem Update, als simples Becken ohne viel Technik. Technik war dran, ja, der Korallenwichter war dran, ja, ich hatte auch eine pH-Messung dran, vom Senai und, und, und. Das war aber alles nicht wirklich ausschlaggebend für den Betrieb. Weil betrieben habe ich das Becken im Prinzip ja nur über Wasserwechsel, habe noch nicht mal wirklich den KH oder ähnliches gemessen. Okay, er wurde im Hintergrund gemessen durch den Korallenwächter, aber das war im Prinzip nichts anderes, als wenn ich dann hingegangen wäre und hätte händisch gemessen. Von daher hatte der Korallenwächter auch keinen direkten Einfluss. Er hat mir nur halt gezeigt, ja, da fängt dann irgendwann mal was an. Aber da konnte ja nichts anfangen, weil auch tatsächlich nichts an, ich sage mal, riffbildenden Korallen, SPS oder mehrere LPS drin war. Das Becken wurde halt wirklich auf dem Low-Tech-Standard betrieben, mit einer einfachen EHO 4, alter Standard von Aquamedic, die mir meine Nährstoffe zugeführt haben, das N und P von ATI. Das habe ich mir ausgerechnet etc. und dann halt nur rein dosiert. Mehr nicht. Und alle 14 Tage, 3 Wochen, so wie ich Lust und Laune hatte, das Ganze dann halt mit einem Wasserwechsel wieder aufgefrischt. Ist noch keine INCP dran gemacht worden? Gar nichts. Also im Prinzip ist dieses Becken da hinten so wirklich durchgemessen, noch gar nicht. Das wird sich aber jetzt irgendwann in nächster Zeit ändern, weil wir ändern das Versorgungssystem. Die Firma Nios wird demnächst ein entsprechendes Versorgungssystem rausbringen, dass man so ein bisschen angesiedelt ist, so zwischen ATI Essentials und V. Marie Balling Light. Irgendwo dazwischen, so in der Richtung soll das dann laufen, aber näheres dann hier auf dem Kanal. Und dann bin ich halt hingegangen, habe gesagt, okay, wenn ich ein Versorgungssystem einsetzen möchte, muss ich natürlich auch entsprechende Korallen einsetzen, die auch was ziehen. Weil das Becken lief bis dato, jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr ungefähr mit der alten Beleuchtung, nur mit dem Abschäumer, eine Pumpe, okay, ich habe den Fließfilter da hinten dran. Das ist natürlich jetzt nicht der Auslieferungszustand, aber ohne geht es auch. Ja, und die Nährstoffzuführung plus halt Osmosenachfüllung, die auch ein bisschen too much war. Klar, logisch, weil der Tunze-Osmulator, der halt da vorher dran war, war recht teuer. Aber jetzt haben wir ja den Tunze-Osmulator Nano dran, der auch einen Bombenjob hier macht und der natürlich im Endeffekt günstiger ist. Also in dem Modus ist das Becken im Prinzip gestartet und lief ohne Probleme. Ich habe noch nie mal eine Algenblüte oder sonst irgendwas gehabt. Ich habe von vornherein Schnecken reingepackt, also sprich die mexikanischen Turboschnecken, die Mega-Rasenmäher. Also muss ich ganz ehrlich sagen, diese Tierchen, die sind besser als alles andere, was ich kenne. Die normalen Turbos, ja, die machen was, aber die Mexikaner, die gehen auch an vielen Sachen dran, wo die normalen Turbos halt nicht dran gehen. So, das war der Stand. Um jetzt nochmal den imaginären Strich hier zu ziehen. Und wie gesagt, die Firma Nivas bringt demnächst ein neues Versorgungssystem am Markt und damit dann halt das Versorgungssystem im Endeffekt auch greift und ich auch im Endeffekt Umsatz habe, muss ich natürlich die Art der Korallen in diesem Becken nicht ändern, sondern, ja, ich sage mal, erweitern. Ich hatte ja am Anfang schon die Valida da oben reingesetzt und die Milka, die waren aber auch ziemlich weit oben angesiedelt und die hatten da tatsächlich genug Licht. So, womit wir dann auch schon beim ersten Thema wären. Und zwar das Licht. Und zwar geht es sich um die Kessel A160 Tunablu. Das ist im Prinzip die Lampe, die von der Firma Tunze hier in Deutschland vertrieben wird. Jene welche. Diese Lampe hat tatsächlich nur 40 Watt Leistungsaufnahme maximal und ich zeige euch das hier ganz, das Ganze nochmal entsprechend ausführliches Video zu dieser Lampe. Gibt es auch bei mir auf dem Kanal, blende ich euch oben mit ein oder unten in der Infobox. Und tatsächlich, die Lampe ist natürlich der Hammer. So, auch muss man leider sagen preistechnisch, weil Kessel verfolgt da immer noch eine Preispolitik, die man nicht so wirklich verstehen kann. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, für 40 Watt Leistung da oben bringt die fast das Doppelte an Leistung, was der Cube 30 gebracht hat. Da haben wir dann dementsprechend auch in dem Video eine Paarmessung mit eingebracht, die dann im Prinzip den Beweis bringt, dass diese Lampe, wenn sie will, tatsächlich hier unten bei einer Gesamthöhe von oben bis hier von knapp 48 cm 200 Paar drücken kann. Viel zu viel, ganz ehrlich. Jede Menge Licht, so viel braucht man tatsächlich nicht hier drauf, aber sie könnte es und das halt mit der entsprechenden Leistung. Wie gesagt, alles andere in dem anderen Video. Das ist der erste Step gewesen, die Lampe, dementsprechend mit der entsprechenden Steuerung hier, die wir hier haben. Das ist der Spektralkontroller, der momentan allerdings nicht angeschlossen ist, sondern der Tunze Hub steuert diese Lampe. Wie gesagt, warum, weshalb, wieso, alles in einem anderen Video. Also, ja, das erstmal dazu, ja, höherwertigeres Licht, mehr Power, um natürlich dann die entsprechenden Korallen einsetzen zu können und mit Licht zu versorgen, weil ihr wisst, Licht ist Leben. Ja, und die treuen Zuschauer hier auf meinem Kanal haben es natürlich mitgekriegt. Unten in meinem großen Becken sind neue, alte Korallen eingezogen. Ich war vor einigen Wochen shoppen, habe dementsprechend, ja, mal wieder Korallen geholt, die, ich sage mal, Standard damals waren, wie eine Hysterix, wie eine Stellata, eine einfache Montipora-Bubblegum etc. pp. Und solche Tiere sind dann unter anderem nicht nur unten eingezogen, dann habe ich natürlich kleine Ableger gemacht und habe sie dann dementsprechend hier auch eingesetzt. So, ich haue euch mal kurz ein Bild von der Seite mit rein, damit ihr schon mal sehen könnt, wie es ungefähr aussieht. So sieht der Aufbau im Moment von der Seite auf. Kommt, wir machen jetzt hier erstmal, gehen wir, nehmen wir das Pad raus, zack, machen wir das Ganze auf groß, dann sieht man das schon mal etwas besser. Und wir haben hier unten eine Stellata drin stehen, wir haben eine Goniopora direkt hier stehen, weiter in der Mitte seht ihr eine Wunderkoralle, Alveopora habe ich drin, direkt an der Wunderkoralle ist ein Ableger von meiner Mikromusa, Lord Hovensis, eigentlich Akantastrea, Rainbow. Im mittleren Teil ist eine Hysterix verklebt, dann schräg darüber kommt eine Montipora-Bubblegum oder Forest Fire, ich kann die beiden nie auseinanderhalten. Und im oberen Teil haben wir nochmal eine Bubblegum stehen, die ist jetzt durch die Pumpe, glaube ich, verdeckt. Meine Valida fühlt sich recht wohl hier oben und ist meiner Meinung nach auch schon ein kleines bisschen gewachsen, bildet auch schon eine Fußscheibe aus. Ich blende euch ja dementsprechend nochmal gleich Detailaufnahmen ein. und ja, alles andere, was hier drin steht, machen wir auch gleich mal einen entsprechenden Rundflug, allerdings jetzt nicht mit der Kamera. Ihr seht, das Becken, das steht eigentlich ziemlich gut da. So, und es ist alles auch schön weit offen. Ich habe natürlich hier momentan drin, wie ihr wisst oder auch mitbekommen habt, kämpfe ich hier mit Kugelalgen. Diese Kugelalgen sind von einem Ablegerstein unten aus dem großen Becken hochgekommen. Und wenn man sie einmal hat, wird man sie auch nicht wieder los, weil die Sporen sitzen nun mal überall drin. Das heißt, wenn ich unten aus dem großen Becken was hoch setze, dann bringe ich dann dementsprechend die Sporen von diesem Becken mit nach oben, weil die halt in den Gesteinen, in den Korallen drin sitzen oder in den Korallengesteinen drin sitzen. Man kann immer nur die Auswirkung bekämpfen, aber nicht die Ursache. Das ist die Problematik, tatsächlich. Also bei den Kugelalgen ist es so, ich habe hier tatsächlich eine Mitrax-Krabbe reingesetzt. Ich weiß gar nicht, ich habe mich das letzte Mal erzählt, ich glaube schon. Die tatsächlich das tut, was ich soll. Die geht zumindest im Moment noch nicht an Korallen dran, weil das ist ja auch immer so ein kleines Problem, was wir hier haben. Sie hat mir meine kompletten Kugelalgen im Sichtbereich weggepackt. Da habe ich gedacht, jo, alles klar, super, dann kannst du die ja jetzt runtersetzen in den Schacht. Blende ich euch auch noch ein Bild mit ein, wenn ich es finde. Dann kann die in meinem Schacht unten, wo natürlich keiner hingeht und Kugelalgen vernichtet, außer ich dann so alle drei bis vier Wochen mal, kann die da unten weitermachen. Gesagt, getan. Zwei Wochen später hatte ich hier wieder alles voll. Heißt also, ja, sie hat sie vernichtet, sie frisst sie auf, ja, bleibt sie auch dran, aber die Sporen und alles andere bleiben im Wasser und es bilden sich dann immer wieder neu. Das heißt, wenn man das Zeug einmal hat, muss man halt ständig dranbleiben. Thema Glasrose hat sich bei mir tatsächlich erledigt. Also die, die ich hier drin hatte, habe ich entsorgen können. Die saß zum Glück im Gestein drin und somit habe ich auch keine Probleme mit Glasrosen im Moment. Klopf auf Holz, achso, das ist Kunststoff. Wird schon schief gehen, ähm, hier. Das passt also auch. Also bin ich diesbezüglich erstmal von Plagen in diesem Becken befreit. So, die neuen Tiere, die eingezogen sind, stehen sehr gut. Mit dem neuen Licht oben drüber haben wir dann dementsprechend auch hier genug Power, damit die, ich sage es mal, Umsatz generieren können. Und dieser Umsatz ist auch tatsächlich da. Ja, ich gehe hier mal mit euch auf den Korallenwächter. Aber tatsächlich ist es auch so, dass die, ähm, dass tatsächlich der Umsatz noch nicht so groß ist. Also wenn ich jetzt mal hier eine 7,0 sehe, ähm, ich habe das über zwei Tage mal ausgestellt und über zwei Tage generiert dieses Becken so ungefähr ein halbes dicker Haar, um das mal zu zeigen, so zwischen 14er und 16er. Weil ich auch mit dem, äh, KH, äh, tatsächlich hier teilweise zu hoch war, hier eine 8,4. So, und hier seht ihr, sind teilweise Schwankungen in den Messungen. Gehen wir mal weiter nach hinten, das ist viel interessanter. Ähm, da haben wir tatsächlich die Problematik gehabt, ähm, dass ich mit dem Korallenwächter, ähm, da möchte ich auch noch kurz drauf eingehen, die, äh, Problematik hatte, dass der immer zweimal messen musste. Und zwar, äh, resultierte das daraus, dass die Probe, also da, wo der das Wasser hernimmt, im Prinzip nach dem, ähm, ähm, äh, nach dem Fließfilter entnommen hat. Und da der Korallenwächter ja nicht auf, ähm, ich sag mal, pH-Basis arbeitet, sondern auf Tröpfchentest-Basis, im Prinzip mit Farbumschlag und Farbindikator, ähm, reagiert er tatsächlich da drauf. Ähm, die, normalerweise entnehmen wir das Wasser ja vorne aus dem großen Aquarium, nicht irgendwo im Technikbereich, wenn da ein Fließfilter oder ähnliches drin ist. Somit haben wir diesen Effekt, eigentlich, habe ich den gar nicht voraussehen können, so. Ähm, ich habe mir gedacht, ja, entnimmst du hinterm Fließfilter und, ähm, alles ist gut. Kriegst du sauberes Wasser, Thema durch. Ich hatte aber grundsätzlich immer die Problematik, dass er tatsächlich dann, ähm, mehrfach messen musste, weil diese, äh, Werteunterschiede zu groß waren. So, dann haben wir dann gesagt, okay, äh, am Wächter liegt es nicht, weil, äh, zig andere Wächter da draußen sauber durchlaufen und saubere Messungen machen. Also steht das Problem mal wieder vor dem Aquarium. Und, ähm, dann bin ich halt hingegangen. Hier ist ja noch der entsprechende Unterschacht drin, also, äh, unten, wo das Wasser halt unten im Bereich abgesaugt wird. Und da habe ich jetzt den Schlauch reingepackt, sprich, vor dem Fließfilter. Und seitdem ich da halt die Probe entnehme, habe ich saubere Messungen. Ja, also, ähm, da passt es soweit. Wenn ich dann jetzt hier, ja, die 488 im Kalzium sind noch ein bisschen hoch. Das ist auch so eine Sache, die ich noch nicht so ganz drin habe. Das Becken, das muss halt noch tatsächlich, äh, die Korallen müssen noch ziehen. Die sind alle sehr klein, sind sehr winzig. Ähm, da ist halt noch nicht so viel Umsatz drin. Da bin ich noch am Experimentieren, wie ich dann halt, ähm, dementsprechend damit umgehe. Ja, zudem habe ich auch mit dem, ähm, Wasserwechsel vom Absolute Ocean hier oben auch schon mal im Vorfeld aufgehört. Und, ähm, habe den ersten Wasserwechsel vor zwei Wochen, habt ihr ja, äh, letzte Woche war es, ähm, hier mit dem Nios Pure, ähm, dementsprechend gemacht. Ein sehr gutes Salz, löst sich sehr schnell auf. Und, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich so auch noch nicht gesehen. Also, ich habe hier 20 Liter oder 25 Liter angesetzt, ausgemessen reingekippt, ähm, und innerhalb von 5 bis 10 Minuten war das kristallklar. In einem weißen Eimer. Ähm, muss ich auch sagen, sehr genial. Das Einzige, was so ein kleines bisschen jetzt für das Becken hier, für das Becken, tatsächlich, ähm, nicht ganz so gut ist, ähm, das hat einen etwas höheren KH. Ja, der KH liegt hier, glaube ich, momentan, äh, bei 8,7. Und, ähm, das heißt, wenn ich damit einen Wasserwechsel gemacht habe, habe ich einen relativ hohen KH. Also, der müsste dann von den 7, müsste auf eine 7,8 hochgehen wahrscheinlich, weil ich ja so knapp 50 Prozent Wasser wechsle. Und da muss ich dann halt immer drauf achten, was zeigt mir der Korallenwächter an, und, 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 damit halt der, die Schwankung, beziehungsweise, ja, der, der Sprung zwischen den beiden Werten halt nicht zu groß wird für die Korallen. Aber, im Endeffekt haben wir hier ja auch eine pH-Überwachung dran, und, ähm, dann schauen wir mal, wie es dann da dementsprechend aussieht, was dann halt da für Schwankungen kommen. Weil das ist ja eigentlich das, was ich, ähm, ja, im Endeffekt überwachen möchte. Problem ist, tatsächlich, dieses Becken zieht im Moment noch zu wenig, dass ich hier irgendeine Methode anwenden könnte. Weil, tatsächlich, ähm, hier gehen 5 Milliliter verdünntes, ähm, Material rein, und 5 Milliliter, äh, ist tatsächlich so gut wie gar nichts. Und, äh, 1 oder 2 Milliliter an Kalzium, das ist also, ähm, da komme ich mit dem Versorgungssystem von, was ich momentan einsetze, tatsächlich sehr viel, äh, sehr, sehr lange hin. Von daher, ähm, läuft dieses Becken methodenlos, also, äh, sprich, momentan halt mit der ATI, äh, mit den ATI Essentials. Aber, ähm, halt nicht dafür, dass ich halt eine pH-Stabilisierung oder eine KH-Stabilisierung habe. Ja, das ist halt, es wird einmal am Tag zugegeben und, äh, aus die Maus. Ja, Thema Versorgung. Im Endeffekt tatsächlich so, dass ich hier nicht viel dran mache und auch, äh, seit Anfang an jetzt, äh, im Prinzip jetzt erst ab dem Zeitpunkt, wo halt die Kessel jetzt drauf ist mit der, äh, Kalkversorgung tatsächlich arbeiten muss. Bisher hat es gereicht, dass ich halt einen Wasserwechsel gemacht habe von 20, 25 Liter. Das sind dann so ungefähr 50 Prozent gewesen hier. Das hat dann ausgereicht, um die Tiere, die halt drin waren, zu versorgen. Ähm, was seit Anfang an mitläuft, ist natürlich, ähm, über die Dosierung der, äh, Evo 4 hier, die ich habe, die gute alte Evo 4, ähm, die Nährstoffversorgung, die ich initiiert habe, das N und P, also Stickstoff und Phosphat, ähm, in verdünnter Version. Die, äh, musste ich machen aufgrund der Tatsache, dass die Evo ja halt eine Mindestdosiermenge von einem Milliliter hat. Also, die, das sind keine hochpräzisen Pumpen, wie ich sie unten eingesetzt habe, äh, oder wie andere Hersteller sie auch haben, sondern das ist halt eine einfache 0815-Pumpe, die halt Mindestdosiermenge ein Milliliter hat. Also muss man die entsprechenden Flüssigkeiten, wenn sie geringer dosiert sein sollten, runterrechnen und dann dementsprechend kann man ein Milliliter oder zwei Milliliter dosieren, um dann die Versorgung hier sicherzustellen. Wie ihr seht, die Korallen stehen sauber drin und, ähm, hatte ich dann dementsprechend auch keine Probleme mit. Läuft also. Ja, da hat sich ja diesbezüglich auch nichts geändert. Hier unten ist noch der, ähm, der gute Osmosebehälter, die Eobi 5000. Ähm, da ist ein, hier unten ist ein, äh, Fläschchen dazugekommen. Ja, ich missbrauche gerade die, die Behälter hier von meinem alten Walling Light, die Traces, um da mein Versorgungssystem drin aufzufangen, weil hier dementsprechend, ja, Dosierbehälter reinzubringen, passt leider nicht in den Schrank. Also muss ich da mit anderen Sachen arbeiten. Ähm, ja, Calcium, KH, also Essentials 1 und 2 im Moment noch. Und dann schauen wir mal, was dann halt demnächst raus wird. Der Auffangbehälter unten, äh, reicht auch noch immer vollkommen aus, auch, auch für die Messungen, die halt, äh, durch den Korallenwächter gemacht werden. Was jetzt halt wirklich im Endeffekt technisch dazugekommen ist, ist halt der Tunze Hub. So, und, ähm, der ist im Prinzip für ein paar Kleinigkeiten hier hochgekommen, weil ich die pH-Steuerung unten tatsächlich anders realisieren konnte. Ähm, habe ich gesagt, okay, da ich jetzt hier oben sowieso die Kessel dran habe, die jetzt hier, ähm, drüber gesteuert wird, und, ähm, das ist mal eine grobe Übersicht über die Programmierung, ähm, da habe ich gesagt, okay, können wir hier oben dran hängen. Gleichzeitig habe ich auch, äh, die Temperatursteuerung hier oben dran. Das ist jetzt das Temperaturprofil der letzten 24 Stunden. Und, ähm, ihr seht schon, dass, wenn jemand anwesend ist, wie hier hinten jetzt im Bereich, dass die Temperatur tatsächlich ein kleines bisschen mehr ansteigt wie sonst, ja. Ähm, ist schon krass. Also, man kann Anwesenheit hier drin sehen. Das ist echt schon genial. Ähm, pH-Überwachung haben wir jetzt hier tatsächlich, ähm, nicht mehr über den SenEye, sondern jetzt hier über den Tunze Hub. Und, ähm, hier seht ihr maximal 5,3, äh, 5,3, 8,5, wie kommen wir jetzt auf 5,3? Äh, 8,5 zu jetzigen tatsächlich 8,29. Also, momentan ein Drop so von ungefähr 0,23. Ähm, ist noch im Mittel. Schauen wir mal. Vor allem, ich habe heute am Tag, also sprich heute Morgen, habe ich tatsächlich die Scheibe gefunden, die ich gut versteckt hatte hinterm Becken. Das Becken ist also jetzt abgedeckt. Und dann gucken wir mal, ähm, können wir nächste Woche mal in die Historie, im Live reinschauen, wie dann der pH-Verlauf ist mit abgedeckten Becken. Ja, was dann halt hier dann noch drin ist, ist die, wie eben schon gesagt, die Steuerung für die, ähm, für den Heizstab. Den habe ich jetzt halt, äh, mit reinpacken müssen, weil der, ähm, können wir in der Historie mal eben schauen. Genau, machen wir, machen wir hier. Ähm, Sensorhistorie, Temperatur, auf Stunden, Mensch, okay. Ja, der ist heute nicht der Schnellste. So, da haben wir es. Genau. Datum ändern. Gehen wir mal auf zum 4. und da seht ihr im Endeffekt, hier haben wir den, äh, den Temperatursturz, der tatsächlich, äh, verursacht wurde und das war mir tatsächlich zu viel, weil dieses Becken hier oben in einem, äh, ja, nicht zusätzlich beheizten Raum steht, weil hier oben wird nicht geheizt, sondern, ähm, ist tatsächlich nur die Isolierung und die Wärme, die hier nach oben steigt. Von daher habe ich gesagt, okay, ist mir etwas zu wenig. Ich werde auch unter der Woche hingehen und das Becken wahrscheinlich, ähm, noch zusätzlich mit Störpohrplatten verdecken, um die Temperatur ein kleines bisschen besser zu halten, damit der Heizstab halt nicht so oft arbeiten muss. Aber ihr seht, ähm, der Mini-Heater ist tatsächlich für solche Leistungs, äh, auf, das sind jetzt 75 Watt, das, das schafft er nicht, ja, also ist da auch das, was ich gesagt habe, dass er das halt, äh, bei einer normalen Raumtemperatur halt schafft, aber wir haben hier oben, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, gerade mal so 17 Grad, 17 oder 18 Grad müssen das sein. Und, ähm, da schafft es dann halt nur ein vernünftiger Heizstab, der jetzt hier mit, ähm, glaube ich, 150 Watt, ähm, den Heater mit unterstützt. Und, äh, das funktioniert ziemlich gut. Ihr seht die Linie dann da oben, das passt dann also soweit. Ja, dann haben wir den Bereich dann dementsprechend dann auch abgearbeitet. Ähm, ich schaue mal, was ich noch hatte, aber das Video ist schon sowieso schon recht lang. Ähm, ein Moment bitte. Ja, tatsächlich, ähm, habe ich eigentlich nur noch zwei Punkte, äh, zwei kleine, ähm, und zwar einmal hatte ich total vergessen, und, äh, sorry nochmal an die Firma Tunze, ich hatte ja den, ähm, den Tunze Kehrmagneten hier bekommen, den kleinen, Moment, schmeiß alles um, genau, jeden welchen hier, ja, ähm, weil ich jetzt hier, tatsächlich, äh, mit der, äh, ich sag mal, mit der Reinigung durch die Acrylklinge nicht ganz so tief gekommen bin. Da muss ich jedes Mal ins Wasser reingreifen, das war doof. So, dann habe ich halt bei Tunze nachgefragt, jetzt sag ich, wie schaut's aus, äh, könnt ihr mir den kleinen Kehrmagneten schicken. Der ist hier, äh, für ideal, weil er auch im Endeffekt, ähm, komplett von der Scheibe ab steht. Also, du, man, man arbeitet hier nur mit diesen Kunststoffklingen, und diese Kunststoffklingen reichen für das, was ich hier halt im Becken habe, vollkommen aus. Ähm, funktioniert super, definitiv, und nochmal, herz, vielen herzlichen Dank an die, äh, an die Firma Tunze. Ähm, der ist definitiv, kann natürlich auch jeden anderen hier einsetzen, aber gerade die Kehrmagneten, die habe ich ja auch damals eingesetzt hier bei meinem, äh, Reefer. Ähm, da weiß ich halt, dass der halt tatsächlich keine Kratzer verursachen kann, weil er halt keine auf, direkte Auflage auf der Scheibe hat. Da kann also nichts dazwischen kommen. Selbst wenn ich jetzt hier hingehe, um das jetzt mal zu demonstrieren, und hier unten in den, äh, Sand reingehe, da ist tatsächlich nichts, was sich dazwischen setzen könnte. Was der hier natürlich nicht hat, ist, äh, ähm, wie bei den großen Kehrmagneten halt ein Auftrieb, ja, den gibt es ja bei dem nicht. Ja, da muss man ja schon aufpassen, wenn man, wenn da Ding runterfällt, da muss man dann halt mit der Zange reingreifen, oder mit der Hand. Aber der ist jetzt hier auch neu dazugekommen, ja, habe ich tatsächlich vergessen, und, ähm, ja, ich würde sagen, wir schauen uns das Becken nochmal etwas genauer an, und, ähm, gehen wir mal eben in die andere Ansicht rein, dann machen wir das weg, und nehmen das Handy, und dann schauen wir uns nochmal so auf Entfernung an, wie das Becken jetzt tatsächlich aussieht. und ihr seht, die Korallen stehen alle sehr, sehr schön. Leider können wir jetzt gerade den Mr. Krabs nicht sehen, weil er sich wieder irgendwo versteckt hat. Und überall Wachstumsspitzen dran. Okay, die Milka fängt da oben vielleicht so langsam an, müssen wir mal schauen. Da ist die Valida. Und, ähm, hier haben wir dann jetzt im Prinzip die, die Abdeckung. Da seht ihr, die habe ich eben auch erst draufgepackt, die muss ich jetzt an der Stelle, ja, pauschal gesagt, ein bisschen noch einheizen. Ähm, ach ja, der Fließfilter. Den habe ich jetzt tatsächlich so eingestellt, dass der extremst, wie ihr seht, arbeitet. Also der holt richtig, richtig gut raus. Ähm, tut das, was er soll. Und, ähm, ja. Die Rolle, die da jetzt drauf ist, ist auch schon zwei Monate alt. Also, der Verbrauch ist da definitiv in Ordnung über die Einstellung. Und, ja, da oben sitzt die pH-Sonde. Die habe ich jetzt tatsächlich vorne mit reingesetzt, aufgrund der Tatsache, dass ja halt hinten hier der Abschäumer sitzt und mir meinen pH-Wert halt verändert. Genau das gleiche Spiel, der weiße Kabel, der dahin geht, ist die, ähm, äh, äh, ist der Sensor, der Temperatursensor, der sitzt auch am Riff. Ja, können wir hier nochmal reingucken. Da unten sitzt der Sensor für den, ähm, ähm, äh, für den Tunze, für die Nachführautomatik. Der Abschäumer läuft tatsächlich immer noch sauber. Die Absaugung funktioniert, der sieht, da ist immer noch ein bisschen schmodder drin. Also das passt soweit alles. Ja, was soll ich sagen? Ich kann mich nicht genug beschweren, tatsächlich. So, gehen wir hier mal wieder in das andere Bild rein. So schaut es im Moment aus, das ist der Stand der Dinge. Wie gesagt, Aussicht, was halt jetzt demnächst noch passieren wird, ist halt, dass ich hier das Versorgungssystem ändere. Auf das Nehaussversorgungssystem, mit dem Nehaussalz arbeite ich ja schon. Das heißt, alle 14 Tage hier entsprechenden Wasserwechsel. So knapp 30, 40, 50 Prozent circa. Und ja, solltet ihr noch Fragen zum Becken haben, warum, weshalb, wieso, Fragen, Sorgen, Nöte, unsätzliche Anträge, wie auch immer, schreibt es runter in die Kommentare. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video gesehen habt. Däumchen nicht vergessen für den Algorithmus. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch. Euer Viper. Ciao.